Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe den Weg tatsächlich gefunden. Es waren einige Umwege, ich wusste nicht, dass es zwei Verhingen gibt hier in der Gegend. Und der Schalterbeamte in der Schweiz wusste das auch nicht. Es geht aber weiter. Es geht um außerirdische Intelligenz. Dazu möchte ich weiter ausholen, denn in dieser Richtung ist sehr viel passiert in letzter Zeit. Ich habe mich selber vor 20 Jahren entschieden, ins Fachgebiet der Sternentstehung einzusteigen, also wie Sterne wie die Sonne entstehen. Und da hat sich ein rasanter Fortschritt gezeigt. Und seither, in diesen 20 Jahren, ist aus der Sternentstehung das Planetenentstehungsprogramm gewachsen. Und es gibt heute mehr Leute, die an Planetenentstehung forschen als vor 20 Jahren, als an Sternentstehung. Seit einem halben Jahr weiß man, dass es in unserer Galaxie, in unserer Umgebung der Galaxie, mehr als 1,6 Mal mehr Planeten gibt als Sterne. Es gibt mehr Planeten als Sterne. Es gibt mindestens drei Arten von Planeten in unserem eigenen Sonnensystem. Die Erde-ähnlichen, das sind die inneren vier, also von Merkur bis Mars. Die haben eine felsige Oberfläche, also wo man draufstehen kann, wie hier auf der Erde. Und sind klein in der Masse. Dann kommen die Jupiter-ähnlichen. Das sind die großen Gasriesen, die eine Hülle haben aus Wasserstoff. Vielleicht hat es einen Kern drin, einen felsigen Kern, aber das ist nicht so ganz sicher. Und dann gibt es die Pluto-ähnlichen, also die Eis-Zwergplaneten da draußen, die ihr Gebiet nicht leergefegt haben. Das ist das Kriterium für die großen Planeten, die eigentlichen Planeten. Und von denen hat es unterdessen sehr viele, von diesen Zwergplaneten. Also es gibt verschiedene Sorten, nicht nur schon in unserem eigenen Planetensystem. Wir haben die Bedingung, die Masse kleiner als 13 Jupiter-Massen. Sonst ist ein Gebilde aus Gas bereits ein brauner Zwerg, also ein Zwergstern, der Deuterium verbrennt, also eigene Energiequellen hat, aber sich nicht zu einem richtigen Stern, der Wasserstoff verbrennt, entwickelt. Wenn er dann mehr als 75 Jupiter-Massen hat, dann ist er ein richtiger Stern. Nun, zuerst war das Problem, Planeten überhaupt zu entdecken. Und Exoplaneten meine ich, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Man hat schon relativ früh Planeten um 92, 94, Planeten um Pulsare entdeckt. Das sind eigentlich nur Trümmerresten von der Supernova, also nicht Planeten, wo wir leben könnten oder nach Leben suchen könnten. 1995 war die große Sensation, dass erstmals ein Planet um einen sonnenähnlichen Stern entdeckt wurde. Das war eine riesige Sensation und niemand hatte es erwartet, dass man ihn so leicht findet. Es war eigentlich auch ein bisschen Zufall. Sie sehen die verschiedenen Farben hier. Blau, das sind verschiedene Methoden, sie zu finden. Das sind also die Pulsar-Planeten, hier die Radialgeschwindigkeiten-Methode, mit denen, das werde ich dann erklären, und die Transit, die Sternbedeckungen durch Planeten, die grünen. Und Sie sehen, es wird also pro Jahr über 100 neue Planeten entdeckt. Mit der Radialgeschwindigkeitsmethode findet man Planeten indirekt. Also es gibt eine Anziehung des Planeten auf den Stern, das ist das Sternzentrum, der Planet, und die kreisen um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Also der Stern macht auch eine Bewegung. Und diese Bewegung kann man sehen, wenn man also hier von der Seite schaut, dann kommt er hier auf uns zu und da geht er von uns weg. Und die Linien, die werden verschoben. Die Spektrallinien der Atome in der Atmosphäre dieses Sterns. Man hat also diese Radialgeschwindigkeit gemessen und gesehen, das war der erste, den man gefunden hat, 51 Pegasi, 1995. Und der hat eine deutliche Periode, und zwar ist die sehr klein. Also es ist hier auf 1 normiert, aber es sind nur wenige Tage. Es gibt in unserem Sonnensystem keine Planeten, die nur wenige Tage Umlauf haben. Also schon beim ersten hat man gemerkt, da ist etwas anders als bei uns. Aber das war ein typischer Planet von einigen Massen des Jupiters. Kein Stern. Und diese Empfindlichkeit war 50 Meter pro Sekunde, also pro Sekunde bewegt sich dieser Stern 50 Meter. Heute ist man 100 Mal genauer und die neueste Entdeckung mit dieser Methode war der Planet um unseren Nachbarstern Alpha Centauri B. Also Alpha Centauri ist ein Dreifachsystem mit zwei grossen, A und B und dann der Proxima Centauri, der wirklich nächste Stern, der aber wahrscheinlich auch zu diesem Dreifachsternsystem gehört. Es sind also hier drei Sterne relativ nahe beieinander, bei 4,2 oder dieser hier bei 4,3 Lichtjahren. Da hat man gesehen, dass es hier einen Planeten gibt und dieser Planet ist etwa 1,1 Mal Erdmasse. Also er hat sehr, sehr viel weniger Masse als der erste Planet, der entdeckt wurde. Das ist etwa die Grenze der heutigen Empfindlichkeit. Allerdings ist dieser Planet in Alpha Centauri, aus dem Südhimmel, den Stern können wir nicht sehen, ist der Nähe des südlichen Kreuzes, den umkreist dieser Planet, klein b, in einem sehr geringen Abstand. Hier ist eingezeichnet in unserem Sonnensystem die Merkur-Bahn, die Erdbahn da draußen, man sieht es nicht gut. Also er ist sehr viel weiter innen, die Temperatur ist enorm, sie ist über 1000 Grad. Also da kann kein Leben herrschen, das ist klar. Die Habitable Zone, das ist ein Begriff, den ich hier einführen möchte, das ist die Region, wo um diesen Stern Wasser flüssig sein kann. Flüssiges Wasser ist die Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Und Sie sehen, in Alpha Centauri ist die Habitable Zone ungefähr, wo bei uns die Venus kreist. Weil Alpha Centauri B ein kleinerer Stern ist als die Sonne, ist weniger hell, also ist diese Zone etwas näher am Stern. Die Erde ist natürlich in der Habitablen Zone der Sonne, sonst wären wir nicht hier. Also nicht gerade der Planet, wo man auswandern möchte, obwohl er der nächste ist. Vielleicht hat es ja noch mehr, das muss man aber noch finden. Die zweite Methode, mit der man heute sehr viele Planeten findet, ist die Transitmethode. Sie kennen vielleicht, damals als die Venus vor der Sonne hindurchgegangen ist, das war dieser dunkle Punkt, den man schön gesehen hat vor einigen Jahren und etwas schwieriger als vorletztes Jahr. Also der Planet kreist um den Stern und wir sind zufällig in dieser Ebene der Planetenbahn, dass der Planet den Stern abdeckt und dann wird der Stern natürlich weniger hell. Hier ist eine Beobachtung, der Stern strahlt hier, das ist eine normale Strahlung, dann kommt der Planet vorbei und macht diese Absorption hier. Er vermindert das Sternlicht. Da gibt es einen Satellit, der Kepler-Satellit, vorher war es der Koro, der Franzosen, Kepler ist NASA. Die sind speziell für Planeten Entdeckung gemacht mit dieser Methode. Es werden also einige hunderttausend Sterne gleich immer wieder beobachtet und man sucht nach solchen Einbuchtungen, Reduktionen des Sternlichts. Hier ist ein anderes Beispiel. Hier sind fünf verschiedene Planeten oder es sind mindestens vier hier abgebildet. Der innerste, der kreist am schnellsten, das ist dieser hier, der blaue, der kommt ungefähr alle 15 Tage. Das sind Tage hier. Also alle 15 Tage hat es hier eine kleine Einbuchtung. Es ist nicht so einfach zu sehen, also das ist eben die Kunst der Datenauswertung, mit der die meisten Astronomen ihre Zeit verbringen. Hier ist einer, der sehr tiefe Absorption macht, das ist der größte Planet. Der absorbiert am meisten Licht, dort ist der Effekt am größten, aber die Periode muss größer sein. Es könnte auch etwas anderes sein, das da vorbeifliegt, oder das wäre dann eben kein Planet. Also da ist eine gewisse Unsicherheit und man erkennt eigentlich den nur als Planeten, wenn man drei solche Bedeckungen gesehen hat. Hier der grüne, der ist etwas länger, aber das sind nur 95 Tage, also die ganze Mission geht sechs Jahre und da werden also noch mehr Planeten entdeckt. Es braucht also einige Zeit, um den Planeten zu bestätigen. Diese Transitmethode liefert nun den Planeten Radius, also aus der Tiefe der, aus der Tiefe der Absorption kann man die Größe berechnen und aus der Periode, die kann man messen. Das sind also die bestätigten Exoplaneten, die mit dieser Methode gefunden wurden, bis zu einem gewissen Tag. Also morgen ist dieser Vortrag bereits ein bisschen veraltet und diese Daten sind auch nicht von gestern, also das muss ich mich entschuldigen. Aber da kommen also dauernd neue Planeten hinzu. Sie sehen, es gibt vor allem in dieser linken Ebene, im linken Teil hier oben, gibt es viele. Der Grund ist ganz einfach, das sind zehn Erdradien, das ist etwa der Jupiter, das ist ein grosser Planet, das ist der Effekt gross und eine kleine Umlaufbahnperiode, das ist auch einfacher zu finden. Also es ist klar, dass man hier mehr findet, das ist ein rein beobachtender Effekt, das ist instrumentell. Und da bei der Erde unten hat man noch sehr wenige gefunden. Aber es gibt noch mehrere, die schon ziemlich nahe kommen an die Erde. Es ist also eine Methode, mit der man auch kleine Planeten findet. Aber man muss länger beobachten. Hier geht es nur bis 100 Tage. Für die Erde müsste man drei Jahre, damit man eine sichere Beobachtung hat. Die Erde wäre also hier, die ist hier nicht eingezeichnet. Und jetzt nehmen wir noch die Planeten, also die Beobachtungen hinzu, die aber nicht bestätigt sind, die aber vermutet werden, dass sie eben doch Planeten sind. Also wenn nicht irgendetwas anderes im Vordergrund vorbeifliegt, sind all das auch Planeten. Die muss man dann noch bestätigen. Es gibt sehr viele neue Planeten. Also die Transitmethode hat sehr viel gebracht. Das sind die Kandidaten, sogenannten Kepler-Kandidaten. Davon gibt es mehr als 2000. Dann gibt es eine dritte Methode, das ist die direkte Abbildung. Hier, WASP-12b. Der wurde mit der Transitmethode gefunden und dann hat man probiert, das ist vom Boden aus, mit adaptiver Optik, den zu finden. Und man hat tatsächlich etwas, also den Planeten gefunden, der also da kreist in dieser Ebene, er bedeckt den anderen Stern. Wenn man ihn so sieht, dann kann man natürlich dann ihn untersuchen mit Spektralanalyse. Man kann die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und so weiter bestimmen. Und hier könnte man zum Beispiel nach Ozon oder nach Sauerstoff suchen. Und dann könnte man vielleicht indirekt Leben nachweisen. Also es geht extrem rasch vorwärts. Da hier ist ein anderes Beispiel, wo man gerade drei gefunden hat. Das ist jetzt mit der direkten Abbildung gefunden, auch vom Boden aus. Der Stern wurde ausgeblendet. Man sieht diese deutlich. Der ist vielleicht ein bisschen zweifelhaft. Aber man hat dieses System längere Zeit beobachtet und man sieht, dass diese Flecken da herumkreisen. Die bewegen sich. Das sind 50 astronomische Einheiten. Das ist die Distanz von der Erde zum Uranus, zum Neptun. Also die haben ungefähr die Bahnradien unserer Großplaneten, der Gasplaneten. Der ist noch weiter weg. Das sind so ungefähr unsere bestätigten Exoplaneten. Hier aufgezeichnet in Masse- und Bahnradien. Masse macht man mit Radialmethode und der Bahnradion mit der Transitmethode. Also man muss sie mit beiden Methoden beobachten. Man hat also nur eine geringere Auswahl. Und hier sind die, die man schon früher gefunden hat, die blauen mit der Radialgeschwindigkeit. Jetzt neu sind noch die Transitentdeckungen dazugekommen. Die Erde da unten, die ist immer noch ein bisschen allein. Also die Methoden sind noch nicht ganz so weit, dass sie da hinkommen. Hier ist ungefähr die methodische Grenze in der Masse. Man findet einfach die kleinen nur sehr schwierig. Die braunen, das sind die direkt Imaging, also direkt abgebildete Planeten. Das sind natürlich jene, die weit weg sind. Das ist logarithmisch. Also hier sind wir bei 10, 100 Mal Erde, Sonne. Der ist sehr weit weg, dieser Planet. Dann kann man ihn natürlich besser abbilden. Und da unten, das ist der Pulsarplanet, der ein bisschen ein exotischer Vogel ist da. Er wird halt hier auch noch nachgeführt. Aber im Grunde geht es jetzt um Exoplaneten, um sonnenähnliche Sterne. Heute können wir von 853 am 1. Dezember bestätigten Exoplaneten sprechen. Seit 1995 ein beachtlicher Teil. Also es gibt viele Objekte, zum Beispiel Pulsare oder Supernova-Überreste oder so, die auch nicht viel mehr Kandidaten haben. Also wir kennen schon recht viele Planeten. Kepler-Kandidaten gibt es noch viel mehr, also die noch nicht bestätigt sind, aber wahrscheinlich noch werden. Also zum grössten Teil. Und von diesen 2321 sind 203 erdeähnliche Planeten im Abstand von Ah, nein, Entschuldigung, das kommt nachher. Sind erdeähnlich, also mit felsigem Boden, kleine. Und das sind doch immerhin 5,4% von allen Sternen haben also einen erdeähnlichen Planeten. Und davon sind 48 in der habitablen Zone. Also die Zahl wird dann schon ein bisschen kleiner, wenn man das noch 5% von denen nimmt, dann wird es schon noch weniger. Und Sie sehen, die Zahlen werden also kleiner, die in Frage kommen. Das ist schon der Trend dieser letzten Jahre. Nun geht es, aber, aha, vielleicht das ist ein wichtiger Punkt hier. Es gibt also, wenn man das hochrechnet, diese Zahlen, die werden ja beobachtet, vor allem die Kepler-Kandidaten, in der Bahnebene, oder damit man die Bedeckung sieht, der Planeten. Sonst sieht man nicht, wie sie vor dem Stern vorbeiziehen. Das heißt, wir können eigentlich nur in dieser Ebene plus minus beobachten. Wir müssen das also hochrechnen, oder mit einer Wahrscheinlichkeit. Und dann kommt man darauf, dass es eben allein im Bahnradius 0,5 bis 10 astronomischen Einheiten, also von der Sonne, Erde bis Jupiter, mehr Planeten gibt als Sterne. Also es gibt sehr viele Planeten in dieser Region. Sie sehen, die Zahlen werden auf der einen Seite grösser, die Chancen werden kleiner auf der anderen Seite. Und so geht das weiter. Man kann jetzt die Exoplaneten nicht nur detektieren, man möchte sie charakterisieren. Also wie sind die jetzt zum Beispiel für Leben geeignet? Hier ist eine eine grafische Darstellung wieder, bisschen abstrakt halt. Die Erdradius, der Erdradius gegen die Erdmasse. Die Erde wäre also bei 1, das ist die Erde hier. Grün sind die Sonnensystemplaneten, Rot sind die Exoplaneten, von denen man diese beiden Angaben hat. Und Sie sehen, die liegen eigentlich schön auf dieser Linie hier, aber da oben, also bei Jupiter hat es sehr viel mehr, die meisten Exoplaneten haben sehr viel mehr Masse als die Erde. Und wenn man Masse und Radius hat, dann, oder Volumen, dann kann man die Dichte berechnen. Also die Erde ist sehr dicht, weil sie viel Eisen hat, dann Silicate, und der Jupiter, der ist sehr dünn, die Atmosphäre besteht vor allem aus Wasserstoff. Da kann man Modelle rechnen, also die Erde hier, die liegt auf diesem Modell, rot ausgestrichen oder rot gestrichelt, so in dieser Region, wo es also mit Eisen oder Silikaten erklärt werden kann, mit der Dichte von Eisen, also weit über 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Und der Jupiter, der liegt natürlich da oben, wo es vor allem Wasserstoff und Helium hat und die Jupiter-ähnlichen Exoplaneten, die sind auch da oben. Also Sie sehen, im chemischen Aufbau oder der Oberfläche sind sich diese Planeten sehr unähnlich. Wir schauen uns das noch ein bisschen weiter an. Die sogenannten Supererden, das sind die im Bereich kleine Masse, kleiner Radius, ich mache das gleich noch grösser. Hier oben sind die Jupiter-ähnlichen, die wollen wir nicht sehen, aber die Erde ist hier unten und wenn Sie das vergrößern, also hier ist die Erde, dann sind die neu entdeckten Supererden, man nennt sie Supererden, weil sie ein bisschen mehr Masse haben als die Erde, die sind vor allem in dieser Region, wobei es immer noch sehr schwierig ist, da unten etwas zu finden, aber Sie sehen, dass auch unter diesen Erd, in der Masse erdeähnlichen Planeten gibt es verschiedene, solche, die mehr das spezifische Gewicht von Eisen haben, wie die Erde oder eben mehr das spezifische Gewicht von Wasser, H2O. oder sogar noch weniger, das ist natürlich, weil sie eine dichte Hülle haben und wir sehen vor allem die Atmosphäre. Also Sie sehen, hier ist eine große Vielfalt, ich wüsste jetzt nicht, auf welchen Planeten hier ich am liebsten auswandern würde und wenn man denkt, dass die Venus, die ist gleich hier daneben, die wäre auch nicht so gut, also es gibt hier schon noch große Unterschiede. Also die Atmosphären sind verschieden und auch die chemische Zusammensetzung, hier ist noch ein bisschen weiter ausgeführt, also die erdähnlichen, die grünen hier, da gibt es schon auch einen, der hat die gleiche, das gleiche spezifische Gewicht, also die gleiche Dichte, die anderen sind dann eher da oben, wo es halt mit Wasser, also mit Atmosphären wie Jupiter, aber klein zu erklären sind. Hier ist die chemische Zusammensetzung von Molekülen, man kann Spektren messen, das ist im Infrarot, im nahen Infrarot und hier sieht man den Stern, nein, Entschuldigung, das ist nicht der Stern, man macht zwei Messungen, Stern und Planet und dann wartet man, bis der Stern, bis der Planet hinter den Stern geht, dann wird der Stern, dann sieht man nur den Stern und wenn er wieder hervorkommt, sieht man beides. Jetzt muss man beides minus den Stern rechnen und dann bekommt man das Spektrum des Planeten und hier sieht man, dass es typische Farben, also Spektrallinien hat, die von Methan her rühren, ein Methanhaltiges Planet, ein Methanhaltiger Planet, also wie zum Beispiel Titan, ein Mond, des Saturn oder Kohlenmonoxid, vielleicht auch Wasser, aber das ist nicht so sicher und Kohlendioxid, nicht gerade einladend. Dann kann man, heute sind wir bereits dran mit Klimarechnungen, zeigt auch verschiedene Möglichkeiten und das kommt darauf an, wie schnell ein Planet rotiert, dieser zum Beispiel, also wie schnell er rotiert und wie stark er bestrahlt wird, also wie neu er beim Stern ist. Hier ist ein Beispiel, ein Planet, der ist sehr neu und wenn er neu am Stern ist, dann sind die Gezeitenkräfte so stark, dass der immer die gleiche Hälfte, die gleiche Seite zum Stern hat. wie der Mond um die Erde, der hat auch immer die gleiche Seite zu uns oder der kreist um uns und zeigt uns immer das gleiche Gesicht und der Merkur hat es auch fast, noch nicht ganz, aber diese, wenn sie nahe bei den Sternen sind, dann haben sie, dann sind sie synchron in ihrer Rotation um sich selber und in der Bahn. Und dort, wo er diese Seite, die zum Stern hin zeigt, die wird natürlich sehr heiß, über 2000 Grad und da drüben wird es dann, ist es auch noch relativ heiß, also so etwa 1500 Grad und je nachdem, wie groß jetzt der Wind ist, der da herumblässt, wird das dann ausgeglichen oder nicht. Also es bleibt nicht stationär, in dieser Atmosphäre gibt es starke Winde. Die haben also ihr eigenes Klima, diese Planeten und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und was es auch noch gibt, ist die Bahnform. Wir sind uns gewohnt, dass die Erde ziemlich im Kreis um die Sonne kreist, man sagt ja kreisen, aber die können natürlich auch elliptisch sein, sie könnten also eine langgezogene Bahn fliegen, wie das zum Teil Kometen machen oder Asteroiden und die dann der Sonne nahe kommen oder wieder weiter weg sind. Die Erde ist ja im Winter ein bisschen näher an der Sonne als im Sommer. Trotzdem ist es im Winter kälter, weil die Erzbahn geneigt ist und wir auf der Schattenseite sind oder darum wird es kälter hier im Winter. Wenn aber die Elliptizität und das ist die Frage von der Abweichung vom Kreis zur Ellipse groß ist, die kann bis 1 werden da, dann ist er nicht mehr gebunden, dann ist es eine parabolische Bahn, das betrachten wir nicht, das ist kein Planetensystem, aber Sie sehen, die meisten, die sind relativ stark exzentrisch, die haben also stark elliptische Bahnen und die Erde mit ihrer 0,017 Elliptizität, die uns sehr viel Schaden erspart, sonst wäre die Bahnumlauf, also die Jahreszeiten extrem durch diese Extensität beeinflusst. Da unten gibt es relativ wenig. Es gibt also nicht so viele Planeten, die eine schöne Kreisbahn haben wie die Erde. Was sich als nächstes nun stellt, ist die Frage, wieso sind sie so, wieso ist es diese Vielfalt von Planeten und da fragt sich natürlich, wie sind sie entstanden, das muss aus ihren Entstehensprozessen wahrscheinlich verschiedene herkommen und wenn man die Häufigkeit von erdgleichen Planeten abschätzen will, dann muss man wahrscheinlich die Entstehungsgeschichten besser kennen und wenn man die Geschichte kennt, also die Prozesse, die zu den verschiedenen Effekten führt, dann kann man vielleicht besser abschätzen, wie sie entstanden sind. Das wäre also der Plan. Ich versuche kurz jetzt einen Exkurs zu machen über die Entstehung von Planeten. Planeten entstehen in Scheiben, also Scheiben hier von oben gesehen, Durchmesser, also der Radius ist ungefähr zehnmal größer als das Sonnensystem, die sind dunkel, weil es Staub drin hat, aber der größte Teil der Masse ist Gas. Sie sind so groß und so dicht, dass sie den Stern eigentlich verdecken, sie sind der Protostern, also der junge entstehende Stern, den sieht man nicht, hier sieht man etwas heller, weil es dort etwas wärmer ist. Solche Scheiben entstehen in Molekülwolken, hier ist eine, Entschuldigung, solche Scheiben entstehen aus Molekülwolken, Kernen, Kern, ein Wolkenkern ist hier abgebildet, der Durchmesser ist etwa ein halbes Lichtjahr, das ist ein kleines Wölkern, das jetzt hier isoliert ist, sie sind meistens nicht isoliert, vor dem Hintergrund der Milchstraße und diese Masse, das ist ein bisschen größer als die Sonnenmasse, das könnte jetzt, das schrumpft langsam, es verliert an Wärme und dadurch kann es sich zusammenziehen, bis die Gravitation so stark ist, dass der Stern, dass der Kern, dieser Wolkenkern kollabiert. und das passiert nächstens jetzt mit diesem, allerdings dauert dieser Kollaps etwa 100.000 Jahre. Wenn nun so ein Wolkenkern kollabiert, dann kollabiert er nicht zum Stern, sondern zu einer Scheibe, weil der Drehimpuls, also der Drall dieses Wolkenkerns, dieses Wölkleins nicht Null ist und er bleibt erhalten, darum rotiert das immer schneller, je mehr es sich zusammenzieht und am Schluss so schnell, dass die Zentrifugalkraft dieser Rotation die Schwerkraft aufhebt. Das heißt, es ist dann nachher im Gleichgewichtszustand und es ist nicht ganz klar, wie dann aus dieser rotierenden Scheibe ein Stern wird, aber in dieser Zeit haben die Planeten die Möglichkeit zu entstehen in diesen Scheiben. Also dieser vorübergehende Zustand der Sternentstehung erlaubt die Entstehung der Planeten. Das hat übrigens Immanuel Kant schon vorgeschlagen vor 250 Jahren. Aber er wusste noch nichts vom Drehmoment. hier wäre eine Scheibe von der Seite gesehen. Wie gesagt, sie ist dunkel, weil da Staub ist, aber das meiste ist Gas. Gas hat einen Druck, also es will nicht einfach zusammenfallen. Zusätzlich zur Gravitation und zur Zentrifugalkraft kommt der Druck. Da ist verschieden zwischen Staub und Gas. Also die Entwicklung geht so, hier ist es gut gemischt, hier ist der Stern, die Scheibe von der Seite, also im Querschnitt. Der Staub tendiert hier in die Mitte zu kommen, weil er anders rotiert und weil er die Schwerkraft spürt, aber den Druck nicht des Gases. Da bilden sich grössere Körner, Staubkörner, kommen zusammen zu grösseren Gebilden, koagulieren, sagt man dem, und bis die dann so groß sind, dass die Gravitation, die eigene Gravitation genügt, dass sie dann selber mehr Masse anziehen und am Schluss zu immer grösseren Planeten werden, bis dann zu unseren Planeten. Es gibt also hier in dieser Entwicklung noch viele Unbekannte, darauf möchte ich jetzt nicht zu sprechen kommen, aber das wäre so die große Entwicklung zu Planeten in diesen protoplanetaren Scheiben. Nun ist es aber so, dass es auch noch eine chemische Entwicklung gibt und weil die Temperatur hier steigt durch das Zusammenziehen, aber auch weil hier der Stern bereits strahlt in verschiedenen Wellenlängen und hier ist wieder die Scheibe von der Seite gesehen, das ist etwas fantasievoll gezeichnet. Hier in der Mittelebene wird sie abgedeckt, da ist es dicht durch den Staub, da ist es sehr kalt, es ist nur etwa 7 Grad über dem absoluten Nullpunkt, also es ist sehr, sehr kalt hier, alles ist ausgefroren auf den Staubkörnern, das Wasser, sogar das Kohlenmonoxid und Dioxid sowieso, ist alles ausgefroren außer Wasserstoff und in diesem Gebiet entstehen dann die Planeten. Da hat natürlich das Eis, das Wassereis, ist eine Art wie Kitt, das die Staubkörner zusammenhält. Hier ist die Schneegrenze, also hier wird es über 100 Grad über dem absoluten Nullpunkt, minus 170 Grad Celsius, da verdunstet das Wasser von den Staubkörnern im Vakuum, also hier ist das Wasser gasförmig und hier wird es noch bestrahlt dann von der, vom Sternenherz zum Teil, also hier kann allerhand passieren. Darum gibt es eine Chemie, die hier interessant ist und hier ist ein von einem Planeten und zwar im inneren Bereich 1,5 bis 5 astronomische Einheiten, also bis zu Jupiter bei uns zusammen eine Beobachtung zusammengestellt, wo Sie sehen, das Wasser ist sehr häufig H2O, das ist häufiger, das ist im Verhältnis zu Kohlenmonoxid, also ist eigentlich das häufigste Molekül neben Wasserstoff H2O ist das zweithäufigste Molekül Wasser, es gibt sehr viel Wasser im Universum. Etwas weniger ist HCN, das ist Blausäure, das ist nicht gerade gesund, das ist ein sehr starkes Gift, aber es geht schon in Richtung organische Chemie, hier Kohlenwasser, ein einfacher Kohlenwasserstoff, hier geht es dann weiter, es gibt viel mehr Moleküle, die ich jetzt nicht alle gezeigt habe, es geht bis vor Maldehyd und Alkohol, gibt es verschiedene Alkohol, Zucker ist kürzlich mal gefunden worden, es gibt also hier eine ziemlich rasche und schnelle Chemie, weil die Temperatur da ist, die Dichte und die Bestrahlung durch den Protostern. Es gibt also bereits eine organische Chemie, das heisst natürlich noch kein DNA, also von dort bis zum Leben ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Wir können also nicht einfach sagen, das Leben ist im Frühstadium der Sonne entstanden. Dann, wenn der Stern sich weiterentwickelt, beginnt er eine Corona zu bilden, das ist die äussere Hülle der Sonne, die Röntgen strahlt, hier ist die Röntgenstrahlung im Orionnebel, alle diese Röntgenobjekte, alle diese hellen Punkte hier, nicht die dunklen, aber die hellen, das sind junge Sterne, die jetzt sehr kräftig Röntgenstrahlung, sehr stark Einfluss auf die Chemie der jungen Planeten und sie haben eine Corona, einen Sternwind, der eben das Gas und den Staub wegbläst und am Schluss bleibt so eine Trümmerscheibe, sagt man dem, das sind die Überresten, die eben nicht weggeblasen werden, also die größeren Planetoiden, größere Staubkörner, also bis natürlich Meter und noch größer, 200 Meter groß. Ja, hier hat man ein kleines Wölklein gefunden, man glaubt es sei ein Planet, aber es ist nur eine Ansammlung von solchen Trümmern, die da um diesen Stern, der rausgeblendet ist, das ist nur der Punkt zu markieren, kreisen und vielleicht ein verhinderter Planet ist. Wolkenkerne, aus denen also solche Sterne und Planeten entstehen, sind in Molekülwolken, sehr häufig, das Dunkle, das sind alles Molekülwolken hier, man kann die beobachten im Inneren mit dem fernen Infrarot, im Herschel Observatorium jetzt neuerdings und hier sieht man diese Gebilde, das sind die Wolkenkerne, von denen ich gesprochen habe, die sind hier auf Filamenten aufgereiht, man weiss nicht genau warum, aber wahrscheinlich ist es dort, wo zwei Schockwellen aneinander prallen und die Dichte groß genug ist, dass dieser Prozess in Gang gekommen ist. Wir wissen ja, dass bei der Sonne eine Supernova ganz in der Nähe explodiert ist, kurz bevor sie entstanden ist, also es hat hier eine Ursache, die wir aber noch nicht kennen und jeden Fall wieder anders sein kann. Aus einer Molekülwolke entsteht dann ein ganzer Sternhaufen hier und die Molekülwolke wird hier weggeblasen vom Sternwind und Sie sehen, das ist ein sehr dichtes Gebiet von Sternen, es gibt Große, die Bläulichen, das sind die massenreichen Sterne und die Kleinen, das sind die sonnenähnlichen Sterne und wenn die natürlich einander näher kommen, dann ist es für die Planeten eine schwierige Zeit, weil dann natürlich diese Bahnen gestört werden und darum sind wahrscheinlich sehr viele Planetenbahnen eben nicht kreisförmig, sondern stark elliptisch. Sie sind also ursprünglich aus dieser kreisenden Scheibe entstanden, aber dann durch Störungen sind sie elliptisch geworden. Wir hatten Glück. Molekülwolken entstehen in Galaxien, also diese Sternwölken, das ist vielleicht noch zu sagen, die enthalten zum Teil Sternasche, also das ist dann die Verbindungsprodukte der massenreichen Sterne, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, alles was wir hier haben, was nicht gerade Wasserstoff ist, kommt aus solchen früheren Generationen von Sternen, also die Sonne ist das Produkt von mindestens drei Generationen von Vorläufer Sternen. Hier ist eine Nachbargalaxie, hier sehen Sie die Molekülwolken, der Durchmesser ist etwa 100.000 Lichtjahre und hier sind 300 Milliarden Sterne, Größenordnung, und etwa 6.000, in unserem Fall sind das etwa 6.000 Molekülwolken, hier sind es so viele, dass man sie kaum unterscheiden kann. Und unsere Position wäre ungefähr in der Mitte zwischen Zentrum und Rand, also nicht ganz am Rande des Universums, im Gegenteil, eigentlich sind wir mittendrin. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, also die Planeten sind ein Teil der Entwicklung des Universums, sie sind nicht irgendetwas für sich, ein lustiger Vogel, der nichts mit dem Resten zu tun hat, sondern diese Entwicklung vom Urknall über die Galaxien, über die Sterne, über die Vorgängersterne bis hin zu den speziellen Bedingungen, die da herrschen müssen. Es sind auch keine ewigen Gebilde und es gibt sehr viele, das wurde bereits erwähnt, dass es 100 Milliarden andere Galaxien gibt, die übrigens aus dunkler, das sind immer dunkle Materienhaufen eigentlich, das sieht man nicht, man sieht nur den leuchtenden Teil, etwa ein Fünftel der Materie, nein, das ist noch weniger, weil nicht alles leuchtet, es ist nur ein Zehntel der Materie, jeder hat noch sehr viel Materie drin, die wir gar nicht sehen und das Ganze expandiert wegen der dunklen Energie. Also das ist alles dieser Prozess, diese vielen Prozesse, die da hineinspielen. vielleicht muss ich noch sagen, ja hier sollten wir vielleicht mal kurz die Entwicklung des ganzen Universums anschauen. Urknall bis heute auf zwölf Stunden abgebildet, dann entstehen sehr kurz nach dem Urknall bereits Protonen Neutron, aber nicht im Urknall, sondern nachher. Dann eine Sekunde nach Urknall wird das Universum durchsichtig, dann können Strukturen entstehen, vorher gar nichts passieren, dann entstehen also die ersten Sterne, aber die Milchstraße ungefähr um halb eins. Sonne und Erde, es geht dann noch fast acht Stunden bis die Sonne und Erde, sie ist eben nicht erste Generation, sie ist eine spätere Generation und die ersten Lebewesen eigentlich relativ schnell, es geht hier nicht mal eine Stunde bis zu den ersten Lebewesen und dann aber bis zum menschlichen Bewusstsein geht es dann wieder eine rechte Zeit, also kurz vor jetzt das menschliche Bewusstsein. Diese Entwicklung geht weiter, weil die Sonne nur endliche Energie hat, sie wird größer, weil sich der innere Aufbau ändert muss, das Zentrum wird ausbrennen, ist schon dran auszubrennen, sie wird schon heißer, sie ist etwa 30% heißer, als und um 4. 20 noch 1, ist dann die Sonne so heiß, dass die Temperatur über 100 Grad ist auf der Erde, am Äquator, aber das genügt dann, um den Treibhauseffekt so weit zu treiben, dass die Lebensbedingungen nicht mehr da sind auf der Erde. Die Sonne wird ein roter Riese und um halb 8 wird sie so groß, dass sich die Erde in der Sonne verliert, also sie wird in die Sonne abstürzen, das sind die neuesten Rechnungen, die Sonne wird zu einem weißen Zwerg am Schluss und dann ist eben sicher, dass die Geschichte der Erd Bewohnbarkeit geschrieben. Vielleicht nochmals kurz zusammengefasst, also die Geburt der Sonne bei Null, die ersten einzelligen Lebewesen, die kommen schon relativ früh, keine 2 Milliarden Jahre nachher, vielleicht noch ein bisschen mehr, das ist nicht so ganz sicher hier, die ersten mehrzähligen Lebewesen, da geht es sehr lange und die solare Klimakatastrophe kommt ungefähr 6 Milliarden Jahre nach dem Anfang, das heißt, wir haben hier noch anderthalb Milliarden Jahre Zeit und dann wird die nicht mehr bewohnbar sein. Die Erde kann nicht ewig Leben tragen, die Zeit ist beschränkt und von diesen 5 Milliarden Jahren, die sie hat, sind schon 2 Drittel vorbei. Was sind die Bedingungen, die es braucht, damit ein Planet wie die Erde entsteht? Es braucht einen geeigneten Stern an die Sonne, der muss bestimmte Bedingungen erfüllen, dritte Generation zum Beispiel oder schwere Elemente haben von früheren Sternen. Es braucht einen Wolkenkern, der schon bereits die rechte chemische Zusammensetzung mitbringt. Es braucht eine Molekülwolke, eine Galaxie, Dunkelmaterie, damit die Galaxie entsteht, Dunkle Energie, damit das Universum ausdehnt und vieles mehr. Also, die Erde ist ein Teil dieses Prozesses. Es braucht Zeit. Und das heißt, das Universum könnte nicht jünger sein als 10 Milliarden Jahre und weil es so alt ist und expandiert, könnte es auch sein, es braucht also ein ganzes Universum, damit eine Erde wie unsere entstehen kann. Nun könnten aber mehrere entstehen. Wie speziell ist die Erde? Was unterscheidet sie? Wie häufig ist sie? Vielleicht hier kurz die Besonderheiten der Erde. Sie kennen sicher schon einige, ich will sie nur kurz durchgehen. also der Stern muss ungefähr der Sonne entsprechen, kann ein bisschen kleiner sein, wäre möglich. Er muss in einer Galaxie sein, die nicht aktiv ist, also kein supermassives schwarzes Loch hat. Und die Sonnenbahn eben soll nicht allzu nahe beim galaktischen Zentrum sein, auch nicht zu weit, dort hat es zu wenig schwere Elemente. Es gibt so eine in der Galaxie, das ist unsere Galaxie von oben geschaut und wir sind hier, das galaktische Zentrum in 27.000 Lichtjahren Abstand. Es gibt auch hier eine habitable Zone, wo Leben denkbar ist. Wie groß sie ist, das ist umstritten, aber es ist klar, dass es nicht überall Leben geben kann. Dann muss der Zentralstern isoliert sein, es ist wahrscheinlich besser, kein Doppelstern, nur ein Einzelstern, Stabil, Planetensystem mit zirkularen Bahnen, keine Gasriesen, aber doch einer wie der Jupiter, der eben Kometen und Asteroiden zum Teil von der Erde fernhält, das ist noch ein bisschen umstritten, ob das wirklich funktioniert und dann hat die Erde anfangs kein Wasser, also es muss Kometen oder Asteroiden geben, die dann Wasser bringen zur Erde, das Wasser ist erst später gekommen, es muss einen Mond haben wahrscheinlich, damit Gezeiten entstehen können, die Gezeiten waren wichtig im Übergang vom Leben, vom Meer zum Land, man braucht ein Magnetfeld, die Erde wäre sonst der Radioaktivität des Universums ausgesetzt, vor allem der Sonne, Meteoriten, das war gut, dass es solche gab, es gab ab und zu eine große Katastrophe, das hat das Leben weitergebracht, aber keiner war so groß, dass die ganze Erde, das Leben überall ausgelöscht wurde, das wäre der Fall, wenn ein Komete oder ein Meteorit größer ist als 1000 Kilometer und solche Dinger gab es im frühen Sonnensystem, aber seither sind die selten geworden. Die Erde ist groß genug, im Gegensatz zum Mars, um den Wasserdampf zu halten, die Plattentektonik sorgt dafür, dass das CO2 wieder verschwindet im Erdinnen, die Rotationsachse ist geneigt, aber nicht zu stark, wir haben günstige Jahreszeiten, die Erde ist nie ganz zugefroren, fast wäre sie mal zugefroren, aber im Äquator gab es noch ein bisschen offenes Meer, darum hat das Leben überlebt. Die Menge vom Wasser ist nicht zu groß, es ist nicht ganz mit Wasser bedeckt, das könnte ja auch sein, aber auch nicht zu klein für das Leben, braucht es eine gewisse Menge von Wasser, die Atmosphäre hat eine günstige Zusammensetzung, Kohlendioxid braucht es für die Pflanzen, Stickstoff, aber relativ wenig Schwefel zum Beispiel, Tag- und Nachttemperaturen variieren nicht zu stark, keine Bestrahlung oder wenig, gerade so, dass es eben für die Mutationen reicht, für die Evolution und so weiter. Es gibt also viele Bedingungen und wenn Sie jetzt die Zahl der Planeten die gleichen Bedingungen haben, wie die Erde angeben wollen, dann müssen Sie die Zahl der Planeten nehmen, im ganzen Universum, das ist vielleicht die Zahl der Sterne, das ist etwa eine Zahl mit 1 und dann 22, 23 Nullen, also 10 hoch 22, 23, das ist eine riesige Zahl, oder? Aber, dann kommen die Besonderheiten dazu und dann ist die Frage, ja, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft, diese mehr als 20 Bedingungen? Es kommen ja noch neue dazu, die wir nicht kennen, die dann zum Leben geführt haben. Und dann, wenn man das zusammenzählt und sagen wir, jede hat 10%, dann haben sie 10%, also 0,1 hoch 20, 0,1 mal 0,1 und immer 10% von 10% und dann kommen sie darauf, dass es im ganzen Universum 100 erdgleiche Planeten gibt. Oder, wenn es noch mehr Bedingungen gibt, dann hat vielleicht nur einen. Darum wurde im Jahre 2000 von Ward und Brownlee die Rare Earth Hypothese aufgestellt, dass die Erde also selten günstig ist. Sie haben gesagt, also nicht im ganzen Universum, nur für unsere Galaxie, sei sie wahrscheinlich ziemlich speziell. Und das ist die Gegenhypothese zum kopernikanischen Prinzip, das ich Ihnen erwähnt habe, also wir sind nicht Spezielles, die Erde ist typisch, die Sonne ist typisch, unsere Galaxie ist typisch. Es ist eine Gegenhypothese und die Frage ist jetzt, was ist die Wahrscheinlichkeit? Also wenn ich vom ersten ausgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für intelligentes Aussehendes Leben ungefähr 0% und in der zweiten ist sie 100%. Ja, was ist es? Irgendwie zwischen 0 und 100. Nun, Sagan und Drake, das sind also meine ehemaligen Lehrer, die sind fest davon ausgegangen, dass es außerirdische Intelligenz gibt. Warum ist das so? Warum haben wir dann Herrn Brownlee mehr Zweifel? Gut, da hat sich etwas entwickelt. Ich glaube aber, die Leute vor 40 Jahren, die hatten auch so eine Art Ideologie. Also, die glaubten daran. Sagan hat wahrscheinlich, das war so ein bisschen ein Romantiker, der wäre wahrscheinlich einsam gewesen in diesem Universum, wenn es also nur auf der Erde Menschen gegeben hätte. Also, das Gefühl der Einsamkeit, das auch schon angesprochen wurde. Und beim Drake, der war mehr ein sachlicher Mensch. Ich glaube, ich habe dort ein bisschen den Verdacht, dass es vor allem auch seine Gegenhypothese war, sonst wäre das ja naheliegend, dass die Erde eine Schöpfung ist. Also, solche Leute gibt es immer noch in den Naturwissenschaften, also die, wenn etwas auf Schöpfung hindeutet, dann versuchen sie eine Gegentheorie aufzustellen. Warum nicht? Aber auf jeden Fall ist das auch alles Ideologie verdächtig. Also, hier gibt es halt alles. ich weiß es nicht, ob es außerirdische Intelligenz gibt. Ich weiß nicht einmal die Wahrscheinlichkeit. Als Einstein einmal gefragt wurde von einem Journalisten, was glauben Sie gibt es außerirdisches Leben, hat er gesagt, ja, ich glaube, dass es das gibt. Und dann haben seine Doktoranden Mitarbeiter gefragt, aber wieso wissen Sie das? Das kann man doch nicht wissen. Da hat Einstein gesagt, ja, ich sage Journalisten immer die interessantere Antwort. Antwort. Also, wenn Sie meine Antwort haben, muss ich Ihnen auch die interessantere sagen. Ich würde sagen, ich habe ein Weltbild, das die außerirdische Intelligenz zulässt, aber hier ist auch zu sagen, wir müssen uns ethisch so verhalten bezüglich unserer Umwelt, wie wenn die Erde die einzige wäre. Wir können nicht damit rechnen, dass es noch andere gibt. Ich habe ein Thesenpapier verteilt, das ich vielleicht kurz noch durchgehen kann, es ist allerdings, weil es noch ein bisschen weiter geht. Die Erde ist ein Teil einer Entwicklung, die im Urknall angefangen hat und noch weiter geht. Man kann die Erde also nicht isoliert betrachten vom Universum. Sie hängt mit dieser Geschichte zusammen. 75% der Sterne haben Planeten, es gibt mehr Planeten als Sterne. Erdeähnliche Planeten sind speziell und sie bilden sich durch den Staub. Das ist also dieser Staub aus Silikaten und auch Eisen und dank dem Wassereis kleben die einander und bilden dann protoplanetare Objekte in diesen Scheiben. Dort bilden sie auch organische Moleküle, Kohlenwasserstoffe, also das Leben beginnt schon ein bisschen sich zu formieren aber noch nicht entstehen. Es entsteht noch nicht, erst auf der Erde. Es sind dieselben Prozesse im Universum wie auf der Erde, die die Erde hervorgebracht haben. Also ist es gut möglich, dass es noch andere Erden gibt. Hier ist ganz wichtig neu hinzugekommen, dass die Exoplaneten und die extrasolaren Planetensysteme sehr verschieden sind. Es ist unglaublich vielfältig, was es alles gibt. Und das ist schon eigentlich immer so, wenn man nur einen Menschen kennt, nur wenige und dann herauskommt aus seinem Dorf oder aus seinem einsamen Hof und merkt, dass es noch andere Menschen gibt, dann merkt man, wie viele es gibt auf der Welt. Die Erde ist besonders günstig fürs Leben. Aber wenn man genügend Details anschaut, also wir wissen, ich habe jetzt 20 erwähnt, dann kommt man natürlich irgendwann mal drauf, dass die Erde der einzige Planet ist, das im Universum Leben haben könnte. Das ist aber auch so, wenn Sie überlegen, ob es noch eine Person gibt im Universum, die genau gleich wie sie ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls null. Aber es könnte natürlich sein, dass das Leben unter etwas anderen Bedingungen trotzdem entstehen kann. Also das gleiche Leben wie hier gibt es nicht zweimal, das glaube ich nicht. Die Entwicklung zum einzelligen Lebewesen verlief sehr schnell, innerhalb von einer halben Milliarde Jahre, nach dem großen Popadment, also als die großen Einschläge zurückgingen. Das heißt, einzelliges Lebewesen entsteht relativ einfach und häufig. Es ist also wahrscheinlicher, dass es extraterrestrische Bakterien gibt, als extraterrestrische Intelligenz. Es ist möglich, dass die Erde der einzige Planet mit Leben ist. Das könnte man nie bewiesen, man müsste alle Planeten im Universum kennen. Also wenn es, und eben das ist jetzt dieser Punkt, würde das auf eine Schöpfung hindeuten? Es gibt schon Leute, die die Rare Earth Hypothese nehmen, als ein Beweis für göttliche Schöpfung, weil sie sagen, das ist wie der Garten Eden. Das ist genau, weil Gott eben die Erde so gemacht hat, und die gibt es nur einmal, weil Gott nur einen Garten Eden gemacht hat. Aber auch wenn sie der einzige Planet im Universum wäre, dann wäre damit noch kein Beweis für göttliche Schöpfung gebracht, weil das kann ja auch Zufall sein. Also das muss man, diese Gedanke ist nicht stichhaltig und man muss sie nicht als Ideologie führen. Die Diskussion über Exoplaneten führt in diesem Sinn, in diesem direkten Sinn, nicht zum Schöpfungsgedanken, weil Gott mit naturwissenschaftlichen Mitteln nicht wahrgenommen werden kann. Eben, man kann es nicht bewährten, auch wenn die Erde der einzige Planet wäre und rundherum wäre nichts anderes, das wäre noch kein Beweis, weil Naturwissenschaft ist eine andere Methode mit anderen Wahrnehmungen. Schöpfung hingegen erkennen wir als etwas Wichtiges, als erkennen wir wenn etwas Wichtiges uns geschenkt ist. Also wenn wir merken, das ist nicht selbstverständlich, dass es eine Erde gibt, zum Beispiel, oder unser Leben, sondern das ist ein Geschenk. Also die Schöpfungserfahrung ist nicht ein naturwissenschaftlicher Beweis, sondern es ist eine Erfahrung auf einer anderen Ebene, auf der existenziellen Ebene. Und wenn man eben staunen kann über diese Eigentümlichkeit der Erde und dass die biologische Evolution trotz allem eben so weit gegangen ist, dass wir hier sind, dann ist das zwar kein Beweis, aber es ist wie ein Hinweis, in dem wir eben Gottes Wirken erahnen können. Nicht wahrnehmen, nicht messen, objektiv, aber erahnen. Also in diesem Sinn wie eine Ikone, die eben auch nicht die Maria, wie sie leibt und lebt, oder gelebt hat, zeigt, sondern ein Hinweis, wie wir die, oder wer immer auf der Ikone ist, wie dieser Heilige damals gewirkt hat und wer das heute noch ist. Damit ein kurzer Brückenschlag zur Theologie, damit möchte ich schliessen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Vielen Dank.